Hallo Leute, liebe Skipper, liebe Segler, hier nochmal ums Thema Einweisung für, ich weiß nicht, die Segeljagd, sondern Einweisung durch die Charterbasis ins Seegebiet. Und ich habe euch auch gerade gezeigt, mal gucken, wo es denn, ich glaube schon ungefähr hier, genau, da waren die Checklisten und auch vor allem die Seekarten, die direkt auf den Tisch genagelt waren, nein, unter nicht genagelt, unter der Tischplatte aus Glas, eingearbeitet waren mit den ganzen Windrichtungen, Windsystemen. Und das ist nicht das Einzige, wo hier Einweisung gemacht wird, sondern ihr könnt hier sehen, wo ich hier gerade bin. Also geht jetzt auch nicht hier um diesen schönen Salat, geht auch noch heller. Und hier geht auch noch was, jawohl. So, sondern hier ist direkt hier beim Essen, ist hier Einweisung ins Seegebiet angesagt. So, wir sind hier mal jetzt gerade da. Und so, hier sind die griechischen Inseln mit Salz und Pfeffer. Und ja, schönen Dank hier an die Jungs, die hier unten sich verewigt haben. Super Marketing-Idee, dass sie hier direkt in diesem schönen Restaurant hier mit dem Blick auf den Hafen hier direkt schon mal die Möglichkeit bieten, dass man hier die Einweisung ins Seegebiet bei einem schönen Superfood-Salat genießen kann. Damit wünsche ich euch immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und einen hervorragenden Segelturn. Viel Spaß auf dem Wasser mit Skippertraining.tv und Charterlofu.de